Das war schön freundlich. Ja, nicht immer. Seid ihr da? Ja, ich bin schon drin. Gut. Oh, da kriegen wir nach den Füßen. Vorsichtig. Da können wir Zitowalzer tanzen hier. Ja, 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 ja. Komm, legt euch. Ich hab sowieso nix zu Kamellen hier. Eee! Eee! Ach, Boss! Oh oh, raus da! Fuck! Mit Kugel zurück! Na komm doch da raus, du Sau! Ich bin voll am flippen! Ach bitte, so ne Kotz, Alter! Scheiße! Ey, wer scheiß denn hier mal so Eisen hin? Eis! Ja, oder Eis, ist mir egal was es ist! Ey, schlag dich doch schneller auf, du kleine Truller! Scheiße, jetzt haben sie mich auch erwischt, verdammt! Aber Level ab! Ja, ich laufe! Für immer was ab! Lauf mal anders! Ja, rückwärts, ne? Ja! Ah, ey! Ja, super, ey! Ihr seid doch feige Memme, ne? Auf eingefrorene Frau einzuschlagen! Bach, schämt euch! Ey, das Spiel ist so programmiert! Ja! Oh, das ist eine geile Kombination! Eingefroren, um vorher eine Feuerstrahl abzugehen! Das ist geil! Tolle Kombinationen! Feuer und Eis macht was her! Kleiner Wichser! Ja! So, der liegt! Oh, scheiße, da ist viel Eis! Weg, weg, weg! Ja, ich hab grad nicht so ein unhöflicher Patron! Unbegrabener, ja? Die ziehe ich gleich auf links! Haha! Ihr habt geholfen, guck! Danke! Boah, war das jetzt ein unhöflicher Patron! Alter, bitte, lieber, Alter! Komm her, Mann! Weg ist dich! Aber eh gleich! Ach, da ist bestimmt der Zwillingsbruder! Komm her, kriegst du die Ladung ab! Arsch! Äh, Carrie, mit welcher Tastatur muss ich nochmal drücken, dass ich die rechte Maus oder die linke Maus benutzen kann, ohne dass die immer geht? Umschalttaste! Ne? Ne, da komm ich auf die Karte! Ach, mit Kapp! Ach, mit Kapp! Die Tab-Taste kommst du in die Karte! Mit der Umschalttaste kommst du... Ach so, du willst ja deine Fertigkeiten auf andere Zahlen legen! Ne, ne! Ich wollte nur, dass ich die rechte Maus auch benutzen kann, ohne dass die geht! Ja, mit der Umschalttaste! Ja, mit der Umschalttaste! Die Umschalttaste war die Taste mit dem Fall nach unten! Nein, der Fall nach oben! Oh, okay! Also, dass du stehen bleibst, um deinen Zauber zu werden! Ja, genau! Ah! Hallo? Jemand da, Hage? Hä? Morgen auf mir! Wichsers! Komm, entschuldigt meine Brüders! Brüder! Ich fand das so geil, was der Kartechen gepostet hatte! Mit dem... Warum nennt man... Warte mal... Zu kleinen Affen sagt man Äffchen! Was sind denn kleine Maden? Bädchen! Ich fand das so geil! Bädchen! Wird zum Beispiel nochmal raus, ne? Ja, Manni, was machst du denn mit dem, der das nochmal macht? Ja, siehste, fällt da um! Aber er war... Der Schwein da! Und soll ich noch sagen, die sind aber immer noch nicht von uns beeindruckt, weil die kommen immer wieder! Hey, Long! Ja, weil die sich noch einmal vorstellen wollen bei uns! Dann werde ich nicht zulassen, dann kommen die immer wieder! Ja! Da sind so Kandidaten die Rufen! Zauber und fällt nicht an und wann bis zu Zauber! Ja! 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 Oder anders noch auch! Wenn ich auf dem Handy an und wo bist du? Ja, äh... Du musst auf dem Handy an! Wo er nicht zu Hause ist! Oder was auch gut ist... Wo bist du? Nicht weit von zu Hause! Ja! Oder was auch gut ist, äh... Wenn einer bei dir zum Besuch ist, hast du eine Toilette? Ne, wir kacken in der Ecke! Die kacken am Fenster raus, ey! Hier! Hier ist eine Tüte! Und hier ist eine Fensterbank! Auf geht's! Machst du eine These? Kannst du links und rechts am Arsch festmachen? Die Tüte! Wo geht's? Wo geht's? Wo geht's? Wo geht's mit der Toilette? Wo geht's mit der Toilette nach der Haus für links? Also darf ich Ihnen noch was anbieten? Kaffee, Milch oder Mandel? Das ist dann für ungebetene Gäste! Äh, ihr Lieben, wir haben die Lille an den Grab, welche Scheiße! Wo seid ihr? Warum bleibt ihr nicht bei mir? Ach ne, wer liegt da unten? Der Manni wieder. Kommt doch einfach zu uns, bleibt bei uns. Weitere, Manni, Diablo, Entdeckungstour. Da verlieren wir schon mal einen Reiseführer. Ist das einfach geil. Dann bin ich schon gleich 32, das geht ja ruckzuck hier. Ja, theoretisch könnten wir auch Qual 2 hochkuchen. Ne, will ich nicht. Passt so, ist so grad richtig. Ah, will ich nicht. Oh, was ich kriege ist alles nur Schrott, ne? Ja und? Den kannst du wiederverwerten und daraus noch bessere Sachen bauen. Ich meine, du wolltest dich mit der Steinmauer anlegen eigentlich. Ja. Und, was hast du gesagt? Komm nie wieder. Sollst du auch mal vorbeikommen. Komm, du alte Scheiße. Komm, du alte Scheiße. Ah, der wird 32. Was ist das? War die zweite Kuh gebauscht irgendwann aus dem Spiel aus. Warum? Unnutz. Ey, was läuft denn da so komische blaues? Feierunterstützung, was ist das jetzt für eine Fertigkeit? Warte mal schnell kurz. Kranaden, Streukranaden, nein. Feierunterstützung. Wo kommen die Flattermäuse her? Ja, von wo wohl? Von dir, ne? Ne. Von wie das so ein Scheißnest. Ja, Stunde 32. Ich hab meine Hose aufgemacht. Machst du ganz schnell wieder zu, ey. Ja, geht nicht. Da ist der Eingang versperrt, ey. Ach, überwältige Verstoß. Ich hab... Okay, ich hab was anderes gelesen. Sagt mal schön, ihr habt neue Fertigkeiten, die mich hier unbedingt reinhauen. Ja, will ich auch kurz mal gucken, was das ist. Bleibt sein Leben lang ein Dudel. Ey, Junge. Wieso kann ich denn das nicht mehr anklicken? Ja, weil du jetzt gerade angegriffen wirst. Dann geht das, ne? Welcher Wichser greift mich hier an? Mehrere. Vollpfosten. Muss ich gleich gucken. Ist doch eine Schweine dabei. So. Gut. So, jetzt kann ich nachgucken, ne? Ja, dann müssen wir jetzt alle mal stehen bleiben, dass keiner mehr kommt. Das ist immer das Problem, weil andere immer dann weiterrennen. Und sobald man mit einem Kampf ist, dann geht nix. Jetzt haben wir schon wieder ein Problem. Du kleiner Wichser. Hier hat diesen Zeilen so. Du leistest ja komplett grün, Kelly. Äh. Giftig. Wieso bin ich denn grün? Weiß ich nicht. Das ist ein Mann, ich hau dir die Knochen um die Ohren. Das sind Hammer. Das sind Hammer. Das sind Hämmer, keine Knochen. Das ist Hammer. Hast du mal meinen Hammer auch nicht gesehen, was ich in der Hand hab? Oh mein Gott, der blutet ja schon. Hey, wenn's weh tut, dann sind wir aufhören. Weißt du, was wir haben? Mal gucken, was ich da Neues bekommen hab. Sperre der Uran. Oh Mann. Mann, ey. Ist das so langweilig oder was? Ey, wenn ich drehen will, ich muss es so machen. Einmal im Kreis herum. Ja, auf, du, es bläht irgendwann. deutschland dass das mit der entblöde ich muss in die andere richtung da muss es genauso schnell gehen weißt ja so wie bei vier fäuste für ein halleluja oder so ungefähr so mit dem man gestern auch wieder drin ja mit boden manchmal dem boden ding da ein lagerfeuer im doppelgänger wo schau mal jetzt fange ich grobe kohle wo du denn so frei gesagt hat schon level 32 ja siehst du das habt ihr ganz gut aufgeholt weil wir sind jetzt auch 32 alle das passt sich irgendwann cool an ja weil ihr habt jetzt auch andere klamotten da sind da ab und zu vielleicht bonus mit drauf wo er zusätzliche eps kriegt das ist so geil ins massenhaft kommen ja das gute ist wenn richtig viele kommen ja dann krieg ich schaden habe und mit dem schaden kann ich wieder kämpfen weil da ist irgendwie auf schaden raus ich habe meinen aufschaden ja deshalb weil er klaut nicht irgendwas das passt schon du brauchst du mir nichts haben sollst du mir das klauen ich bin schon ein kotz alter ist auch wieder dabei eine kotz alte man soll doch saufen sein lassen wenn es einem schlecht wird dabei helfen wir ja schon wird auch ohne saufen kotzen können aber ich glaube wir finden die aufgabe heute machen doch irgendwann eigentlich hätten wir die ja schon weil es ist kelly wenn er drücken hier rum war es wer läuft vorne ich ja guck schau vor dir aber du dir einfach die feinde mich alleine bei den feinde lässt ich schlag dich nie alleine aber du bist doch stark und groß ja ja verbrennt du sau sogar du machst eis auf dem boden also mal zwei auf dem boden und von oben kommt eis runter die brauchen dann auch nach kühlung ja jungen da liegst du auch in der fuhr schick sie hier ist immer verkehrt hier geht es immer weiter haha so dann zurück babbeldi babbeldi bub babbeldi 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 ich kenne nicht immer so eine große keule wie aber ich frag mich warum ein grüner warum meiner grün leuchtet hast du ein legendary brustteil an oder ein setteil ich hab zwei setteile ah siehst du ja genau dort kotztüten juri aber was ich vermisse meine dicke freunde die platzdinger ja ja nachdem man schon erwähnt kommen noch aber kann ja nicht erledigt werden gleich wieder in die ganze Zeit wenn man mit großem abenteuer zockt und dann sind wir permanent irgendwo mit zu meiner story das ist ein bisschen anders das ist ein bisschen anders